So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Heute fahren wir TES, also heute spielen wir Train Simulator 2014. Wir fahren von Cell nach Hannover. Fahrgäste sind schon drin, dann sage ich mal, fahren wir los. Der letzte Train Simulator, den ich hatte, war der Amoril Max 3, also Train Simulator 2012. Ja, als ich das erste Mal was gespielt habe, war ich total verpflichtet. Ich bin der Bar für mich, wie ihr es seht. Ja, das sind neue Strecken, die wir jetzt mal gespielt haben. Die neue Züge wie diese 424. Die haben mich heute bekannt, wie der nur so sein soll, da die 2428. Das war's. Das ist eine große Herausforderung, die nicht verhindert werden, wenn es nur von vorher kam, dass sie mit dem Teil gezeigt haben. Er ist total verfolgt, dass sie vorher laufen, wie er immer noch auf der Selle ist. BZB, 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 so muss ich dir jetzt sagen. Neu ist das zum Beispiel der Pharmax, das ist jetzt funktioniert, das ist eben von der Zelllichtgeber. Ja, an dem BZB so, das ist die BZB so von Zellberg schon. Nein, ich bin mir gebraucht. Ja, das geht auch noch, das ist spannend, das ist spannend, so ein Zell. So, jetzt haben wir die Zellberzahmung. AFB, AFB. Das sind schreckliche Befahre. Also, da ist es dieser Unserie, da gab es ja früher auch schon, ich dachte, da ist es sehr abgespeckt. Jetzt gibt es auch ziemlich vorstellbar. Das war ein guter Befahre. wieder so nicht und dann erst mal mehr überlaufen überlaufen Jetzt wieder dehnt man die Sicht von oben, die freie Wälderansicht und mit neun die Übersicht. Jetzt wiederholt man 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 die Übersicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 WDR mediagroup GmbH 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 Wow. 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 So. Jetzt sind wir da. Lob und Kritik gehen wir in die Kommentare. Es wäre auch ganz nett, wer mich abonniert. Und auch Wetter empfiehlt, wenn euch das gefällt. Und bis bald. Vielen Dank. Ja, das ist Angst. Das ist die nächste Anlage schon auf. Das ist auch nicht nur das, was die elektronische Bremse von selber her stimmt. Was ich auch gerne mache, ist, dass ich auch ganz reingucke. Einfach auf die letzte Position schalten, also auf die linke Bremse. Wie man sieht, geht sich das effekt aus. Viel los heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.